Grüß euch, liebe Familien von TT Wanderkapp. Die Wanderkapp-Familie findet am 12. September sich in Obermberg zusammen. Und zwar bewandern wir oben den Obermbergsee. Die Experten müssen hinauf auf die allerlei Grubenspitze und haben einen herrlichen Blick auf den Obermbergsee. Und die Familienroute umwandert den Obermbergsee. Und ihr werdet sehen, das ist ein Naturjubel, was nicht umsonst immer wieder in den Medien drinnen ist. Und ich freue mich schon, dass wir uns dort gemeinsam treffen und dieses Gebiet bewandern können. Wie gesagt, wir sehen uns am 12. September 2021 am Obermbergsee im Wipptal. Ich freue mich auf euch.